Ich weiß, was ihr euch denkt. Du hast ziemlich schönes Haar, Mann. Das hat sich der Fritz auch gedacht. Der Werwolf von Hannover. Hier, der Fritz mit dem Hackfleischhassende Zahacker von Spongebob in Real Life. Der hat das einfach in Real Life durchgezogen. Heute mal wieder aus dem Iceberg. Mit der Prinzenrolle sind wir mal wieder am Start. Mit den schönen Erzählungen. Einen warmen Sonnertag. Sonnertag gehst du durch den Wald und da hinter dem Baum da hinten, da steht der Fritz. Fritz und Fritz mit dem Schlitzmesser. Was haben sie denn genannt? Gehen wir einfach rein. Dieser Tag nicht herrlich. Heute scheint einfach alles zu stimmen. Die Vögel zwitschern vergnügt und die Luft ist erfüllt vom Duft bunt blühender Blumen am Straßenrand, auf den eifrige Bienen emsig nach Nektar suchen. Bereits jetzt tanzen erste Sonnenstrahlen auf deinem Gesicht und kündigen die wohlige Wärme der Mittagssonne an. Bruder, was für ein attraktiver Mann. Ich weiß, dass der KI generiert ist, aber der. Na, da fällt nicht nur das Aufstehen leicht. Auch deine trübe Stimmung, die ist wie hinweggefegt. Denn die letzten Monate waren für dich eine Berg- und Talfahrt. Ja, Bruder, ich gehe da durch den Wald durch und da sind lauter so junge, attraktive Männer oder Ecke. Meistens eher eine Talfahrt. Du entscheidest, diesen Juni morgen zu nutzen, um deinen Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen kurzen Besuch abzustatten. Die beiden, so munkelt man, wären ein Paar, aber das interessiert dich eigentlich nicht. Denn für dich ist ihre... Du bist nur hier fürs Cash. ...noch weniger... Legale Nebenbeschäftigung, viel interessanter. Der Handel hochwertiger Altkleider zu einem guten Preis. Ein wahrer Segen, wenn man in finanziellen Nöten steckt. Du klingelst an der leicht verwitterten Tür und nur einen kurzen Moment später öffnet dir der ältere Herr mit einem freundlichen Lächeln. Neugierig betrittst du ihre kleine Wohnung. Ein Ort voller Geschichten und versteckter Schätze, wie du weißt. Du stöberst durch die Auswahl auf der Suche nach dem perfekten Kleidungstück für dich. Der ältere der beiden nimmt sich Zeit, um dir zu helfen, während der jüngere mit einem Augenzwinkern darauf hinweist, dass sie für ihre Kunden nur das Beste im Angebot haben. Ich weiß, die sind KI generiert, aber die sind richtig, richtig gut gemacht. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Im Mid-Journey? Maybe? Sieht sehr, sehr gut aus. Schließlich findest du einen Anzug, der nicht nur ausgezeichnet sitzt, sondern dir ein Gefühl von Selbstsicherheit verleiht. Wie du es schon lange nicht mehr gespürt hast. Du entscheidest, den glücklichen Fund direkt anzubehalten. Mit neu gewonnenem Mut und einem breiten Lächeln auf den Lippen schlenderst du zufrieden durch die belebten Straßen. Damals als Kind immer zum Deichmann gegangen und ich hab mir dann immer so neue Schuhe geholt und ich wollte dann die Schuhe immer gleich anbehalten. Das Einzige, was dir an deinem neuen Kleidungsstück missfällt, das ist so ein seltsamer Geruch, der von ihm zu kommen scheint, wie du jetzt feststellen musst. Hm, du wirst ihn wohl doch in die Reinigung geben müssen. Reicht dafür das Geld noch? Du fährst dir instinktiv in die Tasche des Sakkos, um nach diesem Geld zu suchen, obwohl ja in diesem neuen Anzug dein Geld gar nicht sein kann. Doch da ist etwas, etwas Weiches und Klebriges, das nachgibt, als du mit den Fingern dagegen drückst. Pfui, hat da etwa jemand etwas Essbares in dem alten Kleidungsstück vergessen? Du schließt deine Finger um das undefinierbare Ding und ziehst es aus der Tasche, blickst an dir herab, weshalb du völlig überrascht wirst. Reihe spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön Reihe. Bruder, so angewidert hab ich noch nie dreingeschaut. Ich war noch nie so angewidert, dass ich auf einmal eine 60-jährige, 80-jährige Frau war. Als dich jemand kreischend und mit langen, spitzen Fingern an der Schulter packt. Du taumelst, völlig aus dem Gleichgewicht geraten, nach hinten und du erkennst, dass es eine ältere Frau ist, die dich gepackt hält. Sie zehrt an deiner Anzugjacke, schüttelt dich. Tränen laufen über ihre Wangen. Du hast Schwierigkeiten, sie zu verstehen, denn was sie sagt oder vielmehr schreit, verschwimmt zu einem unverständlichen Durcheinander. Nur langsam setzen sich die Worte in deinem Kopf zusammen. Der Anzug gehört ihrem Sohn und sie will wissen, wo ihr Junge ist und was du mit ihm angestellt hast. Während sie dich schüttelt, rutscht dir aus der Hand, was du in der Tasche des Sakkos gefunden hast. Mit einem leisen. Und du musst dir einen Spaß draus und sagst, hallo Mama, ich bin's. Klatschen fällt das bereits faulige Gewebe auf den Boden und mit Entsetzen erkennst du, dass es zwei Finger und der Teil einer menschlichen Hand gewesen sein müssen, die sich offenbar schon seit ein paar Tagen zu zersetzen begonnen haben. Ob das ist denen nicht aufgefallen? Leichengeruch in deinem, plus Leichenteile in deinem Anzug und es war klebrig, ergo es war ja noch nass. Das heißt, das ist dann irgendwo irgendwie durchgelegt oder so? Das ist denen nicht aufgefallen? Du trägst die Kleidung eines Toten und gleich wird auch die Mutter erkennen, dass es keine Hoffnung für ihren Sohn mehr gibt. Und? Hast du schon... Kommen zurück zur sechsten Folge des True Crime Eisbergs. Ich hoffe, ihr konntet euch von unserem letzten Fall ein wenig erholen und seid nun bereit auf eine weitere Reise zur finsteren Seite der deutschen Kriminalgeschichte. Nachdem wir uns bereits auf den blutigen Spuren des Vampirs von Düsseldorf bewegt haben, kommen heute... Bruder, dieser Fade, ich werde niemals darauf klarkommen. Bei welchem Barber du auch immer warst, der hat sich sowas von abgezogen. Der hat auch gesagt, ja passt, ich fang da mal an. Ah, übrigens, der Laden ist geschlossen. Heute auch die Fans von eher haarigen Fantasiewesen auf ihre Kosten. Heute jagen wir nämlich den Wehrwolf von Hannover. Und wenn ich an dieser Stelle einmal zitieren darf, Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Harman auch zu dir. Mit dem kleinen Hackeballchen macht er Leberwurst aus dir. Na, wisst ihr schon, um wen es heute gehen wird? Aber Alex, was ist das überhaupt für eine Frage? Natürlich kennen sich eingefleischte True Crime Connoisseure mit dem Namen Fritz Harman aus. Ich hab von dem noch nie was gehört. Glaube ich. Glaube ich. Sollte ich was von dem, äh... Das war unabsichtig. Doch nicht jeder von euch wird von seinem Sinn für Mode und seinem unternehmerischen Gespür gehört haben. Harman, der Vorreiter des makabren Einzelhandels, bewies, dass man in der Welt des Verbrechens nicht nur ein brutaler Mörder, sondern auch ein äußerst gerissener Unternehmer sein kann. In einer Zeit, in der andere Serienmörder noch in primitiven Kategorien dachten, ging er einen Schritt weiter und verwandelte sein Hobby in einen profitablen Markt, in dem er einfach die Kleidung seiner unglücklichen Opfer verkaufte. Das nenne ich mal Skalierung. Ihr glaubt mir nicht? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn der Einstieg heute, der war sehr nah an der Wahrheit dran. Ein Abnehmer Harmans Secondhand-Schnäppchens trug nämlich den Anzug eines Opfers und dieser Anzug wurde dann von der Mutter erkannt. Mich lässt jedoch eine Sache in diesem Kontext nicht los. Harman war scheinbar ein sehr beschäftigter Mann. Und wenn man sich das vor Augen führt, stellt sich die Frage, ob er diesem morbiden Geschäft allein nachging oder... Okay, also das war die Wahrheit nur ohne den Fingern da drinnen. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. What is that? Der bekannteste sind Horrormörder. Horrormörder. Gibt es auch so normale Mörder? Irgendwie so seichte Mörder oder so? Nee. Ja, sowas ähnliches ist mir auch mal passiert. Damals in meiner Schule, in der dritten Klasse, da habe ich meinen Pullover vergessen im Biologie-Saal. True story, true story. Und dann habe ich einen anderen Dude gesehen, der meinen Pullover anhatte. Also es war nicht mein Pullover. Hat sich später herausgestellt, dass mein Pullover immer noch im Biologie-Saal war. Aber am Weg dorthin ist mir einer entgegengekommen. Und ich habe den so angeschrien. Das ist mein Pullover, das ist mein Pullover. Und der hat sich gar nicht auskannter. Nein, das ist meiner und sowas. Und dann habe ich geweint später. Aber das war auch ein heftiger Pullover. ...der er möglicherweise sogar einen Komplizen hatte. Höchste Zeit, das herauszufinden. Wir müssen erneut in der Zeit zurückreisen. Und zwar 100 Jahre. Herzlich willkommen in den wilden 1920ern. Da wir uns bereits in der zweiten und der vierten... Ja, for real. Was ist aus dem Typen geworden? Der war wahrscheinlich so verwirrt. Irgendein Kind läuft auf den zu. Das ist mein Pullover. ...eu geübt dieses Formats. Durch die deutsche Kriminalgeschichte gekämpft haben, nur um festzustellen, dass die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein wahres Eldorado für Zwielichte gestalten war, halte ich mich an dieser Stelle kurz. Eine Ära, in der das spurlose Verschwinden von Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, kaum aufzufallen schien. Eine Zeit, in der Kriminelle wie Denk und Kürten ungehindert ihr Unwesen treiben konnten. Aber alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, nicht wahr? Und wie wenig überraschend ist es, dass wir da heute in einen regelrechten Schmelztiegel aus Armut und Verbrechen stürzen, der sich bereits zu diesem Zeitpunkt zu einem internationalen Hotspot für dubiose Geschäfte entwickelt hatte. Wachsende Inflation, Arbeitslosigkeit und die damit einhergehende Verelendung breiter Bevölkerungsschichten zwangen vor allen Dingen die jüngere Generation, ihr karges Einkommen durch Nebenverdienste aufzupassern. Darunter befanden sich auch zahlreiche junge Männer, denen nichts anderes übrig blieb, als das zu verkaufen, was ihnen noch geblieben war. Aha! Okay, Horror, weil der hat seine Opfer verwurstet. An die eine Frau, die vorhin geschrieben hat, ja, ich bin schwanger und ich habe gerade Übelkeitsprobleme. Es tut mir leid. Ihren eigenen Körper. Und das, obwohl in der Weimar... Komm in einer Dreiviertelstunde wieder! ... aber der Publik Homosexualität strafbar war. Besonders rund um den hannoverischen Hauptbahnhof entstand ein Milieu, in dem Prostitution und Kleinkriminalität bald zum Tagesgeschäft gehörten. Ja, sozusagen das White Chapel von Hannover. Falls ihr euch noch an die Jack the Ripper Episode erinnern könnt. Auch hier befand sich die Polizei regelrecht im Kreuzfeuer der Kriminalität. War maßlos unterbesetzt und komplett überfordert. Naja. Okay, hier hin und da mal ist Midjourney ganz lustig. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Schraubenzieher, nur ohne den Zier. Nur Schrauben quasi. Oder ohne der Schraube, ich weiß nicht. Das ist nur der Zier. Eine fette Kanone im Kaliber 70 Meter. 70 Millimeter. Barbarisitreloss. Irgendwelche Wörter, die keinen Sinn ergeben. Ah, das ist wirklich sehr, sehr gut. Vorhin hat nämlich hier jemand reingeschrieben, ja Midjourney hatte ein fettes Update oder sowas. Das sieht so gut aus einfach. Ist ja nichts Neues. Um dem wachsenden Chaos Herr zu werden, kam man auf eine geniale Lösung. Man stellte Spitzel an. Aber mal langsam. Die Ordnungshüter wollten die Straßen sicherer machen, indem sie Kleinkriminelle bestachen, die im Gegenzug ihre dunklen Geheimnisse herausgaben. Ernsthaft? Also entweder schreit es nach purer Verzweiflung oder die Behörden haben in diesem Fall wohl einfach wirklich so eine Art Zenit der Inkompetenz erreicht. Fantastisch. Und ihr könnt euch vermutlich schon denken, wer einer dieser Spitzel war. Richtig geraten. Meine Freunde, Fritz Harman. Informant bei Tag. Täter bei Nacht. Ist ein bisschen wie bei V-Männern in der rechten Szene. Naja, passend dazu sein tierischer Beiname, der Wolf im Schafspelz. Was meint ihr? Klingt das nicht alles wie ein eher zweitklassiger Thriller? Tja Leute, ich wünschte, wir hätten es hier nur mit Fiktion zu tun. Aber leider befinden wir uns in der harten, absurden Realität, in der die Gesellschaft hilflos den rauen Gegebenheiten und der überhandnehmenden Kriminalität ausgeliefert war. Und solche Zustände kam einem skrupellosen Mann wie Harman gerade recht. Der Fall Jeffrey Dahmer weist tatsächlich erschreckende Parallelen zum heutigen Fall auf, obwohl so viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Ähnlich wie Dahmer wählte auch Harman ausschließlich junge Männer aus, die offen homosexuell waren und besonders solche, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienten und sich somit am Rand der Gesellschaft befanden. Jaja, das ist ja auch das Ding. Also das habe ich erst nach der Netflix-Serie gecheckt so wirklich, dass, weil ich habe mich nicht so viel mit Jeffrey Dahmer auseinandergesetzt, aber das war wirklich sehr, sehr gut gemacht, vor allem der Schauspieler, sehr, sehr, sehr heftig als Typ, dass die Leute, dass es ja auch bekannt war, dass es bekannt war, dass bei dem irgendwas nicht stimmt und dass bei dem das irgendwie weird zu Hause riecht und dass man teilweise Leute schreien hört und sowas, aber die haben das ja nie wirklich ernst genommen, weil es da nicht um Leute gegangen ist. Weißt du zum Beispiel, war da nicht irgendein schwarzer Junge und die Polizei hat nichts gemacht, eben weil der wahrscheinlich, wahrscheinlich weil der schwarz war und weil sie dann gesagt haben, naja, weißt du, hey, na. Das ist schon heftig, ist schon heftig. Evan Peters, der ist richtig gut, der hat auch bei American Horror Story immer mitgemacht. Der ist richtig gut. Stellt euch mal vor, sind Männer, denen das denkbar schlimmste Schicksal widerfahren ist, wären sie lediglich versucht, in der von Armut geplagten Großstadt an etwas Geld zu gelangen und irgendwie zu überleben? Hat Haman diesen Männern das etwa aus Hass gegenüber Homosexuellen angetan? Das wäre zu dieser Zeit nicht verwunderlich, denn die gesellschaftlichen Vorteile und die Ächtung gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe, die war weit verbreitet. Nicht nur das, es war, wie bereits erwähnt, schlicht und ergreifend gegen das Gesetz. Könnte die gezielte Auswahl seiner Opfer mit seiner Rolle als Polizeispitzel in Verbindung stehen, eine Art verdrehte Selbstjustiz? Oder verbirgt sich hinter diesen Umständen noch viel mehr? Zwar konnten einige erschreckende Einzelheiten der Verbrechen Fritz Hamanns nach seiner Verhaftung enthüllt werden, doch der volle Umfang dieser Tragödie wird wohl für immer im Dunkeln bleiben. Gesichert ist jedenfalls, seinen ersten Mord verübte Fritz Hamann bereits fünf Jahre vor jener beispiellosen Mordserie, deren Ausmaße uns bis heute schockieren. Denn zwischen Februar 1923 und Juni 1924 fielen ihm mindestens 23 weitere junge Männer, darunter sogar Kinder im Alter von 10 bis 22 Jahren zum Opfer. Hamann wusste die Umstände seiner Zeit geschickt auszunutzen und beging in diesem Zeitraum durchschnittlich mindestens einen Mod pro Monat. Das ist das, was ich meine. Okay, ganz kurz, sorry, dass ich da die ganze Zeit ablenke, aber Midjourney checkt, was sein Kalender ist, aber er checkt, also die KI checkt nicht, wie er funktioniert. Die checken, ah, okay, da oben steht so, es stehen irgendwelche so, so wie Tuesday zum Beispiel, aber sie checkt nicht, wo. Und dann sind da irgendwelche Zahlen. Aber keine Ahnung, welche. 21.000, äh, 2.120, ne? Natürlich. Knapp neben der 7 und der 11 und der 125. Ich denke mal auch, das ist fast bei allen Serienmördern so, dass es zum einen Randgruppen sind, weil die keiner vermisst oder öftermals sind es irgendwelche Prostituierten oder sowas, wo halt auch keiner wirklich weiß, okay, wo ist die jetzt hingegangen, mit wem ist die mitgegangen, hat die einfach aufgehört, sind vielleicht auch oft gar nicht registriert oder zumindest registriert gewesen, da gibt es jetzt auch schon alle möglichen Gesetze und sowas, aber halt so 1900, da werden es einfach irgendwelche Leute gewesen sein auf der Straße, die keiner Mensch gekannt hat. Wehrwolf von Hannover, die Warteseele des Hauptbahnhofs auf der Suche nach mittellosen Burschen, die bereit waren, sich für wenig Geld zu verkaufen. Er wusste, dass diesen jungen Männern in ihrer ausweglosen Situation oft keine andere Wahl blieb. Er hielt ihnen lediglich seinen Polizeiausweis entgegen in dem Wissen, dass er auf diese Weise mit Leichtigkeit das Vertrauen seiner Opfer gewinnen konnte. Dann lockte er sie in seine Wohnung, tauschte mit ihnen Zärtlichkeiten aus. Er wisst, was ich meine. Ja, und ich wollte sagen, ich glaube nicht, dass er einen Hass gegenüber, also vielleicht hat er auch einen Hass gegenüber sexuellen, homosexuellen, aber ich wette mit dir, dass er auch homosexuell ist. Irgendwie geht das immer so, weißt du, was ich meine? Bis ihn im Liebesrausch die Kehle durch. Und das meine ich wörtlich. Der Tod trat dann durch Ersticken ein. Die sterblichen Überreste seiner Opfer entsorgte er anschließend entweder im Wasserklosett oder direkt hinter seinem Wohnhaus in der Leine. Nur die Kleidung der unschuldigen Männer behielt Haman, um sie dann weiter zu verkaufen. Und dass es keinem aufgefallen ist, wenn er die Körper in der Leine versenkte, das ist schon skurril. Es ist ein beschämender Beweis dafür, dass sich jeder in dieser Zeit der Nächste war. Trotz wiederholter Anzeigen konnte sich Haman immer wieder diesen bestialischen Kreislauf hingeben, ohne zunächst rechtliche Folgen fürchten zu müssen. Er war sich seiner Sache dann wohl sehr, sehr sicher. Während meiner Recherche ist mir dann dabei vor allen Dingen die äußerst einseitige Berichterstattung über diesen Fall aufgefallen. Der Fokus liegt nämlich fast ausschließlich auf Haman. Die Sensationsgeilheit seitens der Öffentlichkeit zeigt sich sowohl in vergangenen als auch der gegenwärtigen Zeit, häufig nur durch die Offenlegung der schaurigen Details seiner Verbrechen. Hingegen wird kaum ein Wort den jungen Männern gewidmet, die ihm zum Opfer fielen. Sie bleiben dabei namenlose Statisten in einer immer wieder auf dieselbe Weise aufgerollten Tragödie, in der der Mörder zum Protagonisten gemacht wird. Da will ich dieses Ungleichgewicht in diesem Teil des Videos ein wenig auszarieren. Jenseits der Schlagzeilen existiert eine zeitgenössische Quelle, die sich intensiv mit jedem der Morde auseinandergesetzt hat und sich als äußerst zuverlässig erwiesen hat. Der hannoveranische Philosoph und Mediziner Theodor Lessing hat seinen Beobachtungen rund um diesen Fall in seinem Buch Haman, die Geschichte eines Werwolfs, zusammengefasst. Wie euch sicher bewusst ist, können wir in diesem Format nicht ausführlich auf die Geschichte jedes einzelnen Opfers eingehen. Daher möchte ich euch dieses Buch wärmstens empfehlen, wenn ihr noch mehr über die einzelnen Opfer von Haman erfahren möchtet. Anhand der Ausführungen Lessings lassen sich die Geschehnisse im Spätsommer des Jahres 1918 rekonstruieren, wo diese tragische Geschichte ihren Ursprung hat. In einer Zeit, die von Entbehrung und Unsicherheit geprägt war, fand sich die Familie Rote in einem täglichen Kampf ums Überleben wieder. Tom Rote von BVB oder was? Tom Rote auf dem Feld arbeitend, überließ die Sorge um den 17-jährigen Sohn seiner Frau. Der junge Friedl allerdings, der zeigte wenig Interesse daran, sich auf seinen Examen vorzubereiten und vertrödelte seine Zeit lieber rauchend und sorgte für Aufregung im Hause. Ja, wie ungewöhnlich für einen Pubertierenden. In einem Akt der Rebellion, um vielleicht auch aus dem Bedürfnis heraus mehr Geld zur Verfügung zu haben, beschloss Friedl heimlich die Kleider seines Vaters zu verkaufen. Als seine Mutter wieder einmal genug von seinen Eskapaten hatte und ihn zurecht wies, entschied er sich kurzerhand von zu Hause wegzulaufen. Zwei Tage vergingen, bevor er seiner besorgten Mutter eine kryptische Postkarte schickte. Liebe Mutter, bin nun schon zwei Tage fort, komme aber erst nach Hause, wenn du wieder gut bist. Herzlichen Gruß, dein Sohn Fritz. Ja, Friedl wurde auch Fritz genannt. Und zu diesem Zeitpunkt ahnte natürlich niemand, dass er sein Versprechen nie einhalten würde. Friedl traf in einem Café auf einen scheinbar feinen Herrn, der sich als Kriminalbeamter vorstellte. Der Fremde war großzügig und besonders aufmerksam gegenüber Friedl und seinen Schulfreunden. Er führte sie in einen nahegelegenen Wald, wo sie sich näher zu kommen schienen und wurden daraufhin in seine Wohnung eingeladen. Ein Ort des vermeintlichen Vergnügens, wo sie rauchten, lachten und die Zeit vergaßen. Friedl fand wohl eine besondere Verbindung zu diesem freundlichen Kriminalbeamten und suchte ihn regelmäßig auf. Doch so wie bei den anderen Opfern, die Jahre später Friedl folgen sollten, sollte er die Wohnung nie wieder lebend verlassen. Es ist so faszinierend, dass so viele Mörder, insbesondere so Mörder, die wirklich sehr, sehr viele Menschen auf dem Gewissen haben, so charismatisch sind und so extrovertiert. Das ist halt das Ding. Also ich denke mir dann oft so, okay, wie kommt es dann dazu, dass du mit irgendwelchen Jungs so in den Wald gehst oder sowas? Also ich möchte es nicht unbedingt wissen, was die da alles untereinander gemacht haben und sowas, aber halt so, du musst, genauso wie Ted Bundy, weißt du, was ich meine, das funktioniert ja nur so gut, weil du die Leute in deinen Bann bekommst, weil du die Leute einwickeln kannst. So wie Raupen, na, äh, wie Spinnen, so, ne? Und dann irgendwann mal vergessen sie, oder, ja, vergessen sie, irgendwann fühlen sie sich halt so sicher, aber das, die ganze, so dieses, dieses Bild zum Hinterkopf, ich frage mich halt auch immer, warum die das halt machen, ne? Ob es irgendwas Sexuelles ist, das ist ja oftmals bei irgendwelchen Leuten so. Wenn er jetzt so Werwolf ist, dann ist es maybe irgendwas Sexuelles, wenn er halt so denen in den Hals beißt oder sowas. I don't know, I don't know. Er war sein erstes Opfer und fünf Jahre lang schien es Hamann zu gelingen, seine Mordlust zu unterdrücken. Doch dem ersten Akt der furchtbaren Tragödie würde mit dem Verschwinden des 16-jährigen Fritz Franke am 12. Februar 1923 schon der nächste folgen. Zwei Frauen, Eli Schulz und Dörchen Mruzek, berichten von einem Treffen mit Fritz Franke bei Hamann. Während sie Hamanns Zimmer reinigte, entdeckte Dörchen den jungen Fritz, der kalkweiß und halb entblößt im Bett lag. Hamann behauptete darauf, sein Besucher schlafe lediglich. Als die Frau wenig später zurückkehrte, fand sie jedoch nur die zurückgelassenen Kleider des Jungen auf. Hamann unterrichtete sie darüber, dass der junge Mann bereits weiter nach Hamburg gereist sei und ihm die Kleidung überlassen habe. Was überhaupt nicht verdächtig ist. Ja, voll logisch. Ein Monat später, am 20. März 1923... Der ist nämlich nackt gefahren, der ist da nackt in Zugang gestiegen. Keine Sorge, Dörchen. Keine Sorge. Ah, du hast jemanden gesehen, der tot ausgesehen hat und jetzt ist er nackt unterwegs nach Hamburg. Ja, keine Sorge. Das ist einfach... Hamburger, oder? Das ist der teuer Dämpfer. Was haben wir den 16-Jährigen... 187... ...schreiberlehrling Wilhelm Schulze, der auf dem Weg zur Arbeit war am Bahnhof auf und führte ihn in seine Wohnung. Wilhelm sollte nie an seinem Arbeitsplatz ankommen. Über 15 Monate war es Hermann möglich, seine beunruhigenden Machenschaften fortzusetzen und damit 21 weitere Menschenleben auf bestialische Weise zu nehmen. Der junge Bäckergeselle, Erich de Vries, der war am 14. Juni 1924 verschwunden, der sollte das letzte Opfer des Wehrwolfs von Hannover sein. Kurz zuvor hatte Hermann den 17-jährigen Jungen am Bahnhof kennengelernt und ihm Zigaretten geschenkt. Am 10. Juni beobachtete die Schwester des Jungen, wie ein Herr, den sie als Hermann identifizierte, ihren Bruder nach seinem Bad in der Ohre aufmerksam beobachtete. Nur vier Tage später kehrte Erich nicht mehr von seinem morgendlichen Bad im Fluss zurück. Mittlerweile ist vermutlich auch euch aufgefallen, wie auffällig Hermann tatsächlich vorging, denn... Ja, und das ist das Ding, Leute. Heutzutage. Real Talk. Damals... Was war 1900 los? Heutzutage wäre das so, ja, ich hab da jemanden gesehen. Nein, passt. Direkt, keine Ahnung, alle möglichen Fingerabdrücke, DNA-Tests, hier in Untersuchungshaft, 100.000 verschiedene Interviews und sowas. Damals war das so, ja, schauen wir mal, ob noch jemand ermordet wird und dann gehen wir es an, oder? In zahlreichen Vermisstenfällen gab es Zeugen, die den Mann identifizieren konnten, der sich so eingehend mit den jungen Männern und Kindern beschäftigte. Wie gelang es Hermann also, so viele von ihnen in sein gefährliches Netz zu locken? Trotz der Tatsache, dass seit 1918 immer mehr junge Männer vermisst sind. wurden, nahm die Polizei die steigende Anzahl an Vermisstenmeldungen nicht sonderlich ernst. Man nahm an, dass die Vermissten aufgrund der schlechten Wirtschaftslage ihr Glück einfach irgendwo anders gesucht hätten. Nur klar, sicher. Das in Wahrheit ein sehr... Nackt. Nackt vor allem. ...mörder am Werk war, ahnte zu dieser Zeit niemand. Erst am 17. Mai 1924 sollten spielende Kinder am Flussufer der Leine einen grausigen Fund machen, der schließlich die Ermittlungen ins Rollen brachte. Bevor wir uns das aber genauer ansehen, bin ich euch noch die Antwort auf die Frage schuldig, woher ich das alles überhaupt weiß. Nun, mir war der Name Fritz Hamann bereits lange Zeit vor meiner Recherche für dieses Video ein Begriff und sicherlich geht es auch ganz vielen von euch ähnlich. Wenn ich allerdings zurückdenke, wie alt ich war, als mir zum ersten Mal der Name des Wehrwolfs von Hannover zu Ohren kam, dann muss ich wirklich, also sehr tief in meine Erinnerung graben, äh, wie alt war ich da? Sechs, sieben, acht Jahre? Überhaupt nicht besorgniserregend. Besonders diese schmissige Textvariation, die der Volksmund auf die Melodie von Walter Kollos Operettenlied aus dem Jahr 1923 gedichtet hat, die hat sich regelrecht in mein Gedächtnis gebrannt. Ich glaube, mein Opa hat das immer zum Spaß gesagt. Allerdings habe ich während meiner Nachforschung mit Erschrecken feststellen müssen, dass sich Figur Fritz Hamann im Laufe der Zeit regelrecht zu einer Art Volksfigur verändert hat. Denn alle Jahre wieder ziert ein Bild des Serienmörders den Hannoveraner Adventskalender, ja, weil er einer der Berühmtheiten zu sein scheint. Wo ist er? Der ist dieser? Ist gerade ein Wutzler? Na, das dürfte sein, oder? Da verkauft er irgendwelche Kleidungsstücke oder so? Oder er hier? Oder er hier? I don't know, I don't know. Das ist schon wild. Das ist schon wild, wenn du sagst, jo, wir haben hier einen Serienmörder gehabt, packen wir ihn so auf so einem Poster. Geiler Typ. Shoutout, shoutout Fritz. Danke nochmal, dass du unsere Stadt irgendwie wichtig gemacht hast. Zynisch? Geschmacklos? Die Grenze ist fließend. Ich zitiere hier einmal direkt die Website der Stadt Hannover. Die warb nämlich für den Adventskalender 2023 mit folgenden Worten. Zwischen Alten Rathaus und Marktkirche treffen Rock und Pop auf Kunst und Sport. Der Weihnachtsmarkt ist gleich um die Ecke. Das klingt nach Party made in Hannover. Und wem das noch nicht laut genug ist, hört spätestens jetzt einen lauten Aufschrei. Der eine, dessen Name hier nicht genannt wird, fehlt samt seinem Arbeitsgerät natürlich auch nicht. Oder wie wäre es mit einer kleinen thematischen Stadtführung, um dem dunklen Lord der langen Stadt näher zu kommen? Der Werwolf von Hannover spielt nämlich offenbar in einer ähnlich morbiden Liga wie Jack the Ripper. Jedenfalls, was das lukrative Geschäft mit seinem Namen betrifft. Ja, das ist halt das. Leute sind einfach geil auf heftige Storys, die nice verpackt sind. Der Vampir von Hannover. Wenn er heißen würde, der Fritz mit dem Schlitzbeil. Ja, das wäre auch irgendwie sick. Der Fritz mit dem... Der kleine Fritz der Trottel aus Hannover. Das würde keiner sagen. Ja, packen wir den auf einen Kalender. Ah, kleiner Fritz der Trottel. Das müssen wir mal machen. Mördern irgendwelche blöden Namen geben. Der Bananen Fritz. Bananen Fritz. Weil der ist so banal mit seinen blöden... Keine Ahnung. Der Bananen Fritz. Zumindest scheint sich Hannover das zu wünschen. Das wäre halt wenigstens mal fair. Weißt du, was ich meine? For real, imagine. Du bist halt ein Opfer davon und du wirst halt nirgendwo so genannt. Und dann ist der Täter, den ihr das Leben genommen hat, halt... Wird nicht gefeiert, aber wird halt so als mystische... als mystischer Teil der Geschichte von Hannover angesehen. Das ist keine gute Weltanschauung. Um meine Gedanken dazu kurz zusammenzufassen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, wie locker hier mit einer sehr realen, noch nicht so weit zurückliegenden Tragödie umgegangen wird, dass diese groteske Ikone da geschaffen wird. Aber just my two cents. Sie sind nicht mal 100 Jahre her, oder? 19 oder genau 100 Jahre. Ihr könnt natürlich euren Abend auch mit Klassikern verbringen, wie dem Todmacher von 1995. Ja, dem Stummfilm M. Eine Stadt sucht einen Mörder von 1931. Fantastischer Film, wirklich. Muss eigentlich jeder gesehen haben. Und die gleichnamige Serie, die erst vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann gibt es noch zahlreiche weitere Adaptionen im Theater, Graphic Novels und natürlich in der Musik. Und am Ende des Tages sitzen wir natürlich auch hier alle vor unserem Bildschirm, um mehr über diesen erschreckenden Fall zu erfahren. Aber unsere Mission hier besteht ja weniger darin, die traurige Berühmtheit dieses Falls auszuschlachten, um eventuelle Sensationsgeilheit zu befriedigen. Sondern... Ja, ja, safe. Das mache nur ich. Nee. Nein, es ist halt interessant. Ich sage euch, wie es ist. Es interessiert auch mich extrem, wie diese Leute halt ticken. Du willst es nachvollziehen können. Du willst es deswegen nachvollziehen können, weil es halt irgendwie wichtig ist so fürs Überleben auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen so im menschlichen Instinkt zu verankert, dass du halt wissen willst, okay, wie tickt jemand, der andere Leute so in sich, in sein Netz einwickelt eben, damit er ihnen was extrem Schlimmes antun kann. Weil du möchtest irgendwie darauf vorbereitet sein, auch wenn es nur unterbewusst ist. Vielmehr darin, die problematischen Hintergründe dieser Zeit zu beleuchten. Die Geschichte der Opferverdientes erzählt zu werden. Bisher haben wir ja über Hermanns mörderische Vorgehensweise gesprochen. Jedoch waren da noch keinerlei Hinweise dabei, wie der Verdacht letztlich auf ihn fallen konnte. Also Ärmel hoch, wir machen uns mal in die Arbeit, oder? Stellt euch vor, ihr seid mit euren Freunden nach der Schule unterwegs und spielt ausgelassen am rauschenden Fluss, bis einer von euch etwas im Wasser entdeckt, das sein Leben für immer verändern wird. Und nicht nur das seine. Durch einen glücklichen Zufall entdeckten an jenem Tag im Mai einige Kinder beim Spielen einen Schädel. Sofort schlugen sie Alarm und das Ufer der Leine zwischen Hannover und Garbsen. Das musst du dich auch so dramatisieren, ne? Also ich hab wirklich, wirklich Glück in meinem Leben, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich nie irgendwie so, sowas extrem Traumatisches oder sowas halt, dass mir das nicht passiert wäre. Weil imagine, gerade als Kind, als Kind ist ja einfach nur, Bruder, da ist ja die Welt das Schönste, was es überhaupt gibt. Du gehst einfach raus in die Welt, spielst mit Freunden und sowas und dann jedes Mal, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist, denkst du dir, wow, was ist, wenn ich jetzt eine Leiche finde oder sowas. Oder daraufhin gründlich von der Polizei abgesucht. Im Laufe der Suche wurden dabei immer mehr sorgfältig gebündelte Pakete mit menschlichen Überresten und Knochenfragmenten gefunden. Und schlussendlich stellten die Ermittler fest, dass es sich allein um mindestens 22 Oberschenkelknochen handeln musste. Insgesamt waren es 500 separate Leichenteile. Und obwohl die Kriminaltechnik im Jahr 1924 noch in den Kinderschuhen steckte, war ihnen schnell klar, dass in der Großstadt ein Serienmörder sein Unwesen treiben musste. Hierfür wurde nämlich der Tatnachweis aufgrund der identischen Tötungsmethode und des ähnlichen Vorgehens bei der Beseitigung der menschlichen Überreste als ausreichend erachtet. Allerdings mangelte es der Polizei zunächst an Anhaltspunkten, um wen es sich überhaupt bei den Opfern handeln könne. Geschweige denn, wer für diese Taten verantwortlich war. Ihr erinnert euch, dass Hamann als Informant für die Polizei tätig war? Das sollte den Behörden nun gehörig auf die Füße fallen. Hamann war nämlich bereits mehrmals in den Fokus der Ermittler gerückt, wurde aber wohl stets aufs Neue gerade rechtzeitig vor anstehenden Hausdurchsuchungen gewarnt, wenn wieder einmal Vermisstenmeldungen eingingen, die mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten. Seit 1918 fiel der Name Hamanns der Polizei gegenüber immer häufiger. Was für ein Zufall, das Hamanns... Ja, vor allem halt, die haben den ja auch damals schon voll oft identifiziert, Bruder. Zwar jetzt nicht als, yo, ich hab gesehen, dass der eine Leiche aus dem Fenster geworfen hat, aber halt so, yo, ich hab gesehen, wie er ihn beim Baden beobachtet hat und dann vier Tage später war er weg. Das ist halt so offensichtlich auch noch. Ich denk mir, ich denk jeden Tag drüber nach, na Spaß, aber so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Retox so einen Erzfeind hätte, wo ich so sagen würde, yo, den muss ich jetzt unbedingt killen. Wie stellst du es am besten an? Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war überhaupt. War es nicht mal irgendein Präsident oder sowas? Von dem einen Dude, wo ein, also der Täter, ja, nicht unter Anführungszeichen, der Täter, der ihn ermordet hat, diesen anderen Menschen, der hatte einen Regenschirm und an der Spitze von diesem Regenschirm, also das war so irgendwie angespitzt oder so, und da war irgendein Gift drinnen. Und es war irgendein hochkonzentriertes Gift und der ist an dem vorbeigegangen und hat ihn nur mit dem Regenschirm so angedippscht oder so und der hat es gar nicht mal für so schlimm befunden und danach ist er gestorben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, von wem die Story ist. Rizin? Ich glaub, das war Rizin, ja. So irgendwie müsstest du das machen, ne? Also falls ihr Tipps braucht, na, Spaß besser. Na, also, weißt du, was ich meine? Aber solche Leute, die wollen wahrscheinlich auch irgendwann gefasst werden. Die denken sich, naja, das geht eh so einfach und die probieren sich dann aus, ne? Die probieren sich das aus. Genau, das ist der Ü60-Treff hier. Der zu diesem Zeitpunkt bereits über einen Polizeiausweis verfügte, nicht wahr? Das würde ja bedeuten, dass ihm der Status als Polizeispitzel dabei geholfen hat, das Vertrauen seiner jungen Opfer schneller zu gewinnen und ihn wiederum gedeckt hat. Ach, so ein Quatsch. Wo denkt ihr hin? Tatsächlich aber wurde bereits das erste Opfer Hamanns direkt mit ihm in Verbindung gebracht. Denn nachdem Fritz Roter am 25. September 1918 verschwunden war, erfuhren die Eltern von Freunden des 17-Jährigen, dass sie einen Kriminalbeamten kennengelernt hatten, der Fritz mit in seine Wohnung nahm. Und das hab ich mir auch gedacht. Das hab ich mir auch gedacht. Ich dachte, vielleicht hat er die anderen Jungs dann halt auch irgendwie ermordet oder so. Aber nein, das hab ich mir auch gedacht. Das weist ja alles auf ihn hin. Denn heutzutage, gut, damals ist das wahrscheinlich auch schwieriger gewesen und sowas davon überall, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber halt so, vielleicht waren da auch die Gesetze anders, halt wann du wen irgendwie in Untersuchungshaft halten kannst. Gab's damals überhaupt Untersuchungshaft? Ich hab keine Ahnung. Aber heutzutage wäre das, yo, alle Beweise zeigen auf ihn und dann kannst du ihn zumindest mal in Gewahrsam nehmen für eine gewisse Zeit und du wirst ihn überführen. Das ist ganz einfach so. Hamanns Wohnung wurde kurze Zeit später des Nachts durchsucht und dabei überraschten ihn die Ermittler, wie er mit einem Schulfreund des vermissten Jungen im Bett lag. Wegen Verführung des Knaben bekam er neun Jahre Gefängnis. Doch einen Mord konnte man ihm nicht nachweisen. Case closed. So hatte die Polizei lange Zeit gezögert, die vorliegenden Beweise gegen ihren Informanten wirklich ernst zu nehmen. Denn ihnen war ja bereits wohl bekannt, dass Hamann homosexuell war und sich bedauerlicherweise an Kindern verging. Allerdings schauten sie geflüssentlich weg, wenn ihr Laufbursche mal wieder einen Jungen mit nach Hause nahm. Trotz vermehrter Anzeigen und immer lauter werdender Gerüchte wurde Hamann erst am 22. Juni 1924 festgenommen und dann auch eher zufällig. Grund dafür war, dass er einen Tag zuvor einen jungen Prostituierten auf der Bahnhofswache wegen Belästigung anzeigen wollte. Dieser hatte dann wiederum angegeben, dass Hamann ihn beim Akt mit einem Messer bedroht hatte. Glücklicherweise wurde Hamann zunächst in Gewahrsam genommen, während die Polizei seine Wohnung in der Roten Reihe 2 in der Altstadt Hannovers durchsuchte. Nur wenige Kleidungsstücke wurden sichergestellt, mit denen Hamann und sein 22 Jahre jüngerer Liebhaber Hans Granz Hans Granz, sicker Name. Bekanntermaßen handelten. Leider reichten diese Beweisstücke nicht, um sie des Mordes zu überführen. Um weitere Hinweise zu erhalten, entschloss sich die Polizei daraufhin, die Öffentlichkeit hinzuzuziehen. Und siehe da, nur wenig später gelang den Ermittlern der lang ersehnte Durchbruch, als die Mutter eines seit April 1924 vermissten Jungen, Robert Witzel, im Polizeipräsidium auf einen jungen Mann traf, der zufälligerweise genau zu diesem Zeitpunkt zur Zeugenvernehmung vorgeladen war. Frau Witzel konnte nämlich mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass der Anzug, den der junge Mann bei ihrem Zusammentreffen trug, eigentlich der ihres verschwundenen Sohnes war. Und das meine ich halt mit, yo, die wollen erwischt werden. Vielleicht will er auch einfach nur ein bisschen Cash machen, aber halt imagine, du ermordest jemanden und dann denkst du dir, yo, ich verkaufe den Anzug, weil, naja, egal, es sind halt ein paar Euro mehr. Also ich in dem Fall würde mir dann denken, so, yo, das ist, na, das ist zu auffällig. Der damals 44-jährige Hamann wurde daraufhin mit den belastenden Fakten konfrontiert und mithilfe sehr fragwürdiger Verhörmethoden, die erst Jahre später ans Licht kamen, am 1. Juli 1924 zu einem sehr detaillierten Geständnis gebracht. Allerdings waren die Methoden, mit denen sie Hamann zu dieser Aussage drängten, wirklich grenzwertig. Neben körperlicher Züchtigung während und nach dem Verhör wurde seine Zelle auf makabre Weise präpariert. In jeder Ecke seines Raumes wurde jeweils ein Schädel seiner Opfer befestigt, die mit rotem Papier ausgekleidet und mit Kerzen ausgeleuchtet wurden. What the fuck? Das ist doch Leichenschändung, oder nicht? Die können nicht einfach so einen, so einen, so einen, so einen, was? Yo, was geht ab? Du hast dir diesen Menschen ermordet, was geht ab? Wir geben ihm, wir geben den Schädel in deine Zelle. Alles klar, Bro. Ich habe jetzt gedacht, er würde sagen, ja, sie haben so heftige Methoden verwendet, dass er im Nachhinein sie angezeigt hat und dann eben das Geständnis als nichtig angesehen wurde. Um dem abergläubischen Hamann einzureden, dass die Seelen seiner Opfer ihn heimsuchen würden, wenn er nicht gestehe. Wären diese Methoden damals publik geworden, wäre Hamann und Kranz vermutlich ungeschoren davongekommen. Letztlich waren Hamanns Ausführungen aber so aussagekräftig, dass den Ermittlern schnell klar war, dass sie den richtigen Mann gefasst hatten. Leute, den genauen Inhalt seines Geständnisses, den erspare ich euch mal an dieser Stelle. Eins sei jedoch gesagt. Es ist so krank, wenn ich mir denke, ja, vor 100 Jahren, 1929, ich will ja gar nicht drüber reden, was dann knapp 20 Jahre später passiert ist und sowas. Also die Vergangenheit, du denkst dir immer so, ja, hier, das Jahr, keine Ahnung, 1600 oder sowas, das ist lang her. Ja, es ist auch lang her, aber 1929, das hört sich an, als wäre das irgendwie gerade eben erst gewesen. Dabei war das halt einfach so weit verbreitet, diese Unmenschlichkeit. keine Ahnung. Es bleibt bis heute unklar, ob das Gerücht der Wahrheit entspricht, dass Hamann die Überreste seiner Opfer als Schweinefleisch in der Nachbarschaft weiterverkauft habe, da niemals eine Untersuchung des verdächtigen Fleisches durchgeführt wurde. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich tatsächlich die Antwort darauf haben möchte. An dieser Stelle frage ich mich ja immer, liebe Freunde, wie ein Mensch überhaupt fähig sein kann, solche grausamen Taten zu begehen. Dabei sollte es uns eigentlich nicht mehr überraschen, dass die Vergangenheit einer Person, insbesondere ihre Kindheit, oftmals eine tragende und tragische Rolle spielt. Wie sieht es also in diesem Fall aus? Friedrich Heinrich Karl Hamann, geboren am 25. Oktober 1879 in Hannover, war das jüngste von fünf Geschwistern und hegte schon in jungen Jahren den Traum, von einer Karriere als Unteroffizier. Das Familienleben gestaltete sich jedoch äußerst schwierig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Theodor Lessing äußerte sich in der Wochenschrift das Tagebuch im Dezember 1924 ausführlich zu Hamanns desolatem Elternhaus. Er beschrieb den Vater, Das ist eh so krank. Noch bis heute, ganz kurz, wieder in Japan Verhöre dritter Art geführt wahrscheinlich, weil es leider viele Polizisten gibt, die lieber eine Quote erfüllen wollen, als die Wahrheit zu wissen. Ich denke mir auch so, kennst du so diese Fun Facts, so yo, keine Ahnung, die, das stimmt jetzt nicht, aber weißt du eh so, ja, wusstet ihr, dass die Mona Lisa im gleichen Jahr gemalt wurde, wie die Pyramiden erbaut wurden oder irgendwie sowas. Na, irgendwann in so, keine Ahnung, 5000 Jahren, in so 3000 Jahren maybe, werden die Leute sagen, so yo, als das Internet erfunden wurde oder als irgendwie, keine Ahnung, die Menschen schon am Mond waren, so 50 Jahre später oder, oder was weiß ich, wahrscheinlich noch 100 Jahre später, gibt's Länder, in denen solche Sachen einfach praktiziert wurden oder gibt's Länder wie Nordkorea oder so, wo du dir immer noch so denkst, die Menschheit ist so weit gekommen und trotzdem ist es immer noch so abhängig von dem Land, wo du halt geboren bist oder wo du dich gerade einfach aufhältst. Weißt du, was ich meine? Es gibt noch so viele Probleme auf der Welt, die du halt einfach nicht mitbekommst. Es gibt immer noch, ja, es gibt immer noch Länder, die halt, die halt in fucking 1830 wohnen oder die dort immer noch diese, diese Polizeivorhöre so führen, weil die vielleicht auch selber einfach Angst haben, dass sie ihren Job verlieren und so und da denken sie, da denkst du zuerst halt an dich und sagst dann, naja, egal, dann erfüll ich die Quote. Ich habe einmal was gelesen, ich weiß gar nicht, wo das überhaupt war. Ich meine, das ist natürlich nicht so schlimm so, aber von wegen, ja, Polizisten, dass die teilweise, ob das nicht sogar in Österreich war, ich bin mir nicht sicher, ob das, dass die, dass die eine gewisse Quote erreichen müssen an, oder eine gewisse Anzahl an Strafzetteln, die sie ausstellen müssen, ganz kurz, die sie ausstellen müssen, damit sie ihren Job nicht verlieren und irgendein Dude hat diese Quote nicht erfüllt und hat deswegen sich selber einen Strafzettel geschrieben, damit er seinen Job nicht verliert oder so. Für Fasten habe ich leider nicht Zeit, es tut mir leid. Karl Friedrich Hamann als ein wüsten, zänkischen und querulanten Charakter, syphilitisch und Sohn eines Trinkers, der stets besonders streng zu dem jungen Fritz gewesen sein soll. Die bettlägerige, kränkliche und marode Mutter Johanne hingegen verwöhnte den Jungen. Der eigentliche Wendepunkt in der Kindheit von Fritz Hamann lag allerdings nicht in der Erziehung der Eltern, sondern einem anderen Trauma. Denn möglicherweise wurde Fritz als Kind sexuell missbraucht, und zwar von seinem älteren Bruder. Später wurde das Opfer jedoch selbst zum Täter, als er damit begann, Nachbarsjungen ähnlich zu behandeln. Bereits mit 17 Jahren erwartete ihn deshalb sein erstes Strafverfahren wegen Unzucht an Knaben. Zunächst schien ihm diese Anschuldigungen nicht im Weg zu stehen. Nachdem er die Volksschule und eine Lehre als Schlosser absolviert hatte, schien sich sein Kindheitstraum endlich zu erfüllen. Doch die bittere Realität holte ihn schnell wieder ein, als er die Militärschule nach einem kurzen Aufenthalt wieder verlassen musste. Angeblich aufgrund von Symptomen geistiger Verwirrung. Tatsächlich war Hamann zwischen März und Dezember 1897 in verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten rund um Hannover untergebracht gewesen. Doch es gelang ihm immer wieder zu fliehen. Und ab diesem Zeitpunkt setzte eine Abwärtsspirale ein, die sich immer schneller und immer tiefer zu drehen schien. Insgesamt brachte ihn seine Laufbahn als Kleinkrimineller 17 Verurteilungen ein. Unter anderem gehörten Hehlereien, Einbrüche, Diebstähle, Unterschlagungen und Und der ist dann trotzdem noch Polizist geworden. ...zu einer Missbrauch von Kindern zu seinem verstörenden Repertoire. Und den Ersten Weltkrieg konnte er im Gefängnis aussitzen, bis die Polizei ihn im Jahr 1918 nach seiner Entlassung als Spitzel gewinnen konnte. Ich weiß nicht, Leute. Ich könnte mir echt keine Person vorstellen, die besser geeignet wäre für so einen Posten. Sein Lebenslauf spricht doch für sich, oder? Tja, und immerhin konnte er dann kurze Zeit später seinen ersten Mord zu dieser Liste hinzufügen. Um finanziell über die Runden zu kommen, handelte er nebenbei mit Fleisch und Altkleidern. Zusammen mit dem 17-jährigen Hans Granz, den er 1919 kennengelernt hatte und den er bei sich wohnen ließ. Kommt mir das nur so vor oder spielt die Zahl 17 eine besondere Rolle in der Geschichte? Ich frage mich gerade so, wie war das damals mit so einem Lebenslauf? Hast du da auch so Lebensläufe gehabt oder bist du einfach irgendwo hingegangen und hast dann gesagt so, ja, vor ein paar Jahren da war ich ein Fleischhauer, dann habe ich Kleider verkauft, davor, ja, Schule habe ich gemacht oder so. Sein Lebenslauf spricht für sich, ja. Vor allem halt, damals konntest du das ja auch noch nicht so wirklich so nachprüfen. Was ist, wenn du so aus dem Ausland kommst und du sagst so, yo, ich bin Doktor, oh ja, da haben die ja auch so Briefe geschrieben. Schreit ja schon fast nach einer Verschwörungstheorie, aber Spaß beiseite, meine Freunde. Denn der Prozess gegen Hamann, der hat es wirklich in sich. Im Dezember 1924 erhob die Staatsanwaltschaft vor dem Schwurgericht in Hannover Anklagen wegen Mordes in 27 Fällen. Doch Hamann selbst gab in seinem umfassenden Geständnis lediglich 21 Tötungsdelikte zu. Also mal ungeachtet dessen, dass diese Zahl auch an sich schon exorbitant hoch ist. Der Prozess gegen den Wehrwolf von Hannover entwickelte sich deshalb zu einer regelrechten Sensation, da die Behörden in diesem Fall gewissermaßen als Komplizen entlarvt wurden. Und das meiner Meinung nach nicht unbegründet. Der Gerichtssaal, der war stets überfüllt. Zeitungen brachten eine reißerische Sonderausgabe nach der anderen. Hamann konnten schließlich 24 Morde nachgewiesen werden. Und das Todesurteil erfolgte am 19. Dezember 1924, nachdem ein psychiatrisches Gutachten durch den Psychiater Ernst Schulze seine geistige Zurechnungsfähigkeit bescheinigt und ihn somit als schuldfähig eingestuft hatte. Auch während des Prozesses zeigte Hamann keine Reue, sondern bezeichnete seine Opfer als Puppenjungs. Eine abfällige Bezeichnung für männliche Partituierte in dieser Zeit. Und ja, er war der Meinung, sie hätten den Tod sogar verdient. Hamann behauptete zu guter Letzt selbst von sich, er sei völlig gesund und beschrieb seine Taten im Prozess als gelegentliche Tour. Ja, klingt komplett normal. Allerdings wurde nach seinem Tod bei einer Untersuchung seines Kopfes hirnorganische Schäden festgestellt, die vermutlich auf eine frühere Erkrankung zurückzuführen sind. Anfang der 60er Jahre wurde der Kopf des Serienmörders sogar noch in der Göttinger Rechtsmedizin ausgestellt. Doch keine Angst, liebe Freunde, dieses sehr spezielle Präparat wurde vor einigen Jahren bereits eingeäschert, bevor es irgendwo zu einem Exponat werden konnte. In irgendeinem US-amerikanischen Museum beispielsweise. Eine weitere Frage, die während des Prozesses Ja, also glauben die dann quasi, dass aufgrund von dieser Krankheit sich das Gehirn irgendwie verformt hat oder irgendeine in irgendeine Richtung quasi ausgewachsen ist, wo du psychisch einfach so kalt wirst? Also glaubst du, das ist ein Defekt im Gehirn oder ist der einfach oder kann das einfach passieren, dass du so geboren wirst und dann einfach so sicher kann das so passieren, oder? Oder hat so jeder Serienmörder keine Ahnung. Es ist interessant, wenn du so drüber nachdenkst, was müsste so passieren, was müsste passieren, in welcher Situation müsstest du dich befinden, dass du sagen könntest, ja, ich könnte jetzt wen umbringen, ne? Weil im Endeffekt gibt es halt immer irgendwie eine Situation, ah, genau, du bist jetzt, keine Ahnung, in Rom, ne, im guten alten Rom und wirst als in so ein Gladiator-Ding reingeworfen und vor dir steht ein anderer Dude und oben sitzt da Julius Schaser, ne, und sagt dann, jo, entweder du stirbst oder der andere, have fun. In dem Fall wirst du es ja probieren, ne? Also so Überlebensinstinkt ist, glaube ich, beim Menschen so eines von den, einer von den heftigsten Dingern, aber wenn du dann einfach das so for fun oder sowas machst, dann muss ja irgendein Defekt im Gehirn sein, I don't know. Also defekt. Genetik plus Trauma etc. spielen, also psychische Erkrankungen, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube halt, in so Extrem-Cases, in so extremen Cases ist ja eigentlich wirklich fast immer eine Kombination aus allem. Ja, Arthur Morgan, danke schön, danke schön, danke schön. Dass es aufgeworfen wurde, bestand darin, ob Hamann alleine handelte oder möglicherweise einen Komplizen hatte. Denn da er zeitweise in seiner Wohnung in der roten Reihe 2 mit Hans Granz zusammenlebte, mit dem er auch eine sexuelle Beziehung pflegte, hatte man Granz ebenso verdächtigt. Mir fällt gerade auch auf, wie unpassend dieser Straßenname ist. Granz soll nachweislich potenzielle Opfer für Hamann zumindest angesprochen haben. Dass er jedoch wusste, was Hamann mit den jungen Männern tat, konnte ihm nie eindeutig nachgewiesen werden. So behauptete er, sein Interesse sei nur auf den gewinnbringenden Verkauf der Kleidungsstücke gerichtet gewesen. Woher die kamen, habe er nicht gewusst. Ja, wer es glaubt. Doch kurz vor seiner Hinrichtung am 15. April 1925 zog Hamann die belastende Aussage gegen seinen Liebhaber zurück, entlastete ihn in einem Schreiben und nahm sich alle Schuld ganz auf sich. Infolge dieses Schuldeingeständnis wurde eine Neuverhandlung im Fall Hans Granz im Jahr 1926 angesetzt, wodurch er im Zuge dessen zu einer mehrjährigen Haftstrafe im Zuchthaus verurteilt wurde. Und hier hätte ich tatsächlich mal eine konkrete Frage an euch. Glaubt ihr, dass Hans Granz tatsächlich nichts von der brutalen Ermordung dieser ganzen unschuldigen Männer und Kinder wusste? Ich glaube nicht, dass du das nicht weißt. Ich glaube, dass du dir das vielleicht nicht einreden möchtest. Aber wenn, ey, schau, ich glaube, wenn du halt real, real, real talk, mit dem du zusammenwohnst und dass du dein Partner ist und sowas und dann, ja gut, bei so zwei, drei, vier Menschen vielleicht geht das irgendwie so unter. Ah, Bruder, so innerhalb von ein paar Jahren, wie viel hat er gesagt? 27 oder 24 wurden ihm nachgewiesen. Irgendwann wirst du, glaube ich, irgendwann wirst du irgendwelche Anzeichen merken. Zumal der ja selber irgendwelche Leute angesprochen hat. Wofür? Für Kleidungverkauf jetzt oder für, für sexuelle Aktivitäten? Was hat denn der dann gemacht? Und hat er sich dann nicht gewundert, dass andere Leute mit dem Finger auf ihn gezeigt haben, so bei der Polizei, dass sie ihn da verdächtigt haben oder so? Haltet ihr seine Strafe für gerecht? Bin mal sehr interessiert. Geahnt hat er das bestimmt, ja, es kann sein. Was ihr dazu denkt. Wie schon in den früheren Episoden ist auch in diesem Fall ein Geflecht aus verschiedenen Faktoren dafür verantwortlich, dass Fritz Hamann überhaupt so zahlreiche Leben auslöschen und zerstören konnte. Dass die turbulenten Nachkriegsjahre, um es mal vorsichtig auszudrücken, gewissermaßen ein stiller Komplize waren und primär das Fundament dafür bildeten, dass sich eine derart brutale Mordserie überhaupt ereignete, ist uns mittlerweile, glaube ich, offensichtlich. Denn die problematischen Zustände in den Strafverfolgungsbehörden, die aus den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs hervorgingen, schufen für Hamann erst die optimale Bedingung, um in aller Seelenruhe seinem makabren Geschäft nachzugehen. Die Brandherde aus Verelendung und Kriminalität einzudämmen, war damals bei Weitem keine einfache Aufgabe. Das soll ja auch nicht behauptet werden. Der entscheidende Fehler bestand darin, einem Individuum wie Hamann einen Polizeiausweis in die Hand zu drücken, ohne dessen verbrecherische Vergangenheit korrekt mit einzukalkulieren. Schließlich hat er ja nachweislich wiederholt Kinder gebraucht. Natürlich schicken wir ihn dann einfach mal so in ein Rotlichtviertel, wo sich viele arme junge Männer anbieten müssen für ihren Lebensunterhalt. Grandioser Plan! Es sind ja schließlich nur Sprecher. Ob einer mehr oder weniger dort steht, wird schon nicht auffallen. Und so haben sie damals gedacht. Zynisch. Doch das ist bedauerlicherweise noch nicht alles. So wie auch der Vampir von Düsseldorf vermutlich nicht allein agierte, besteht auch in diesem aktuellen Fall der Verdacht, dass Fritz Hamann ohne Hilfe wohl kaum so viele unschuldige Menschen das Leben hätte nehmen können. Abgesehen davon, dass Hans Kranz regelmäßig in Hamanns Wohnung ein- und ausging und diese scheinbar deutliche Spuren der blutigen Aktivitäten zeigen musste, war der Liebhaber Hamanns ebenfalls in seinem Altkleiderhandel tätig, wie wir ja wissen. Er bereicherte sich nicht nur an den Einnahmen, sondern trug selbst die Kleider der Opfer. Selbst wenn er wirklich so blind, naiv oder einfach ignorant gewesen war. Ach, der ist das, dessen Anzug erkannt wurde? Bin ich jetzt gerade oder bin ich gerade komplett lost? Nichts von all dem mitzubekommen. Hätte er sich nicht die Frage stellen müssen, ob die Gerüchte wahr sein könnten, dass der eigene Partner andere Männer verschwinden ließ, wenn die ersten Anzeigen dann so langsam ins Haus flatterten? Hamanns hast du dann nicht einfach Vollschiss? So ja, du denkst dir halt naja, okay, der liebt mich ja und so, aber weiß nicht. Ja, so habe ich das verstanden? Ich denke mal nämlich auch. Imagine, wie passiert das dann? Imagine dann? Ja, nee, nee. Der muss davon gewusst haben oder er muss es unterbewusst gewusst haben, aber hat das halt eben, wie du vorhin geschrieben hast, gekonnt, ignoriert. Na? Das geht halt nicht anders. Hermanns widersprüchliche Aussagen im Verlauf des Prozesses, die einerseits Kranz B und dann wieder entlasteten, machen die gesamte Situation noch undurchsichtiger. Anfangs stand ja im Raum, dass es sich um ein Hassverbrechen gegen Homosexuelle handeln könnte, aber die Art der Liebesbeziehung zwischen Hans Kranz und Hamann, die macht das unwahrscheinlich. Immerhin hat Hamann nie den Drang verspürt, seinen Partner das Leben zu nehmen, im Gegensatz zu den sogenannten Puppenjungs, denen er anfangs auch die krasseste Form homosexueller Bestätigung zukommen ließ. Diese Vorgehensweise erinnert mich stattdessen vielmehr an das Verhaltensmuster von Jeffrey Dahmer. Ein Handschlag. Die krasseste Form von Homosexualität. Bei dem ebenfalls deutlich wurde, dass er nicht aus Hass handelte, sondern sogar Gegenteiliges zutreffend war. Zudem galt Hamann nachweislich schon als junger Mann, als homosexuell. Eine psychische Erkrankung kann man in diesem Fall jedenfalls nicht per se ausschließen. Das psychologische Gutachten, das im Zuge des Prozesses gegen Hamann hinzugezogen wurde, erachtet ihn zwar als voll zurechnungsfähig, doch auch Lessing, der dem Prozess beiwohnte, hatte ein gänzlich anderes Bild von dem Angeklagten. Er sah in Hamann einen psychisch kranken Menschen. Zitat, Er hat keinerlei Grauen vor dem, wovor jedem Kulturmenschen graut, vor Tod, Leiche, Moder. Dieser arme Triebwüstling war wahrlich kein Teufel und mithin auch kein Charakter. Er war nichts als ein im Käfig verunzüchtigtes und von der Gesellschaft missbrauchtes primitives Tier, das vor dem Kreuz zusammenbrach. Ja, wir erinnern uns dann, dass Hamann mutmaßlich von seinem Bruder jahrelang gebraucht wurde. Wir müssen außerdem bedenken, Ja, das sowieso, das sowieso. Also wie gesagt, das kommt ja safe irgendwo aus einem Trauma und so. Aber, ja eben, voll zurechnungsfähig. Also du kannst ja auch extrem kalt sein und extrem, sodass dir das halt egal ist, aber unzurechnungsfähig würde einfach bedeuten, okay, du verstehst nicht das Ausmaß davon. Aber er versteht ja das Ausmaß davon. Also er versteht ja, dass er den Leuten das Leben genommen hat und dass er das bei seinem Freund zum Beispiel nicht machen sollte, weil das ist ja nicht gut, weil dann ist er ja tot und so. Bei der Untersuchung seines Gehirns Anomalien entdeckt wurden, die auf eine frühere Krankheit hinweisen könnten. Das macht es umso schwieriger, ein eindeutiges Motiv heraus zu kristallisieren. Tatsächlich ging die Forscher davon aus, dass eine Hirnhautentzündung, die zu Hirn- und Wesensveränderungen führen kann, möglicherweise eine Rolle in diesem Fall gespielt haben könnte. Dennoch lässt es sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es bei den Taten Hamanns eher um sexuelle Stimulation ging, eine psychische Erkrankung in einer Rolle spielte oder die Hirnschäden. Ah, das ist ein geiles Bild. Da hat sich Midjourney ein bisschen vertan. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein menschlicher Skull so aussieht, als dunkle Parabelkitter hat sich aber gedacht, na, weißt du was, das nehmen wir so. Und lauter Kabel, Kupferkabel, immer die Grabräuber und sowas, die nehmen sich immer die Kupferkabel, die reißen es raus und dann verkaufen sie es. Schuld daran waren, man kann nur ein Hassverbrechen wirklich ausschließen. Und wer weiß, vielleicht spielt noch andere Faktoren eine Rolle. Was konkret der Anlass war, das wird wohl im Dunkel bleiben. Genauso wenig, wie wir wissen. Genauso viel wie der dunkle Parabelkitter. Ja, wahrscheinlich so eine Kombo, ne? Was 24 Menschen waren oder noch viel mehr. Die harte Realität in solchen Fällen bleibt auf jeden Fall bestehen. Die Namen der Täter bleiben uns für Jahre hinweg präsent, während die Op... Das ist eh auch heftig. Also ist das jetzt... Ja. Das ist eh auch heftig, dass er halt... Ach so, na, Blödsinn. Friede, Rote. Okay, vergiss es. Entschuldigung. 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 Ich dachte jetzt, ähm... Dass er hier, äh... begraben liegt mit anderen Familienangehörigen oder so, der, ähm... Also der, der Werwolf, ne? Vor ein Vergessenheit geraten. Möge ihre Erinnerung... Was haben sie denn mit dem gemacht? Haben sie den dann verbrannt? Weil halt, du kannst ja nicht mal ein Grab irgendwie für den machen. Also du kannst es schon machen, aber das würde dann safe die ganze verwüstet werden. Wir haben uns dazu anspornen, die dunkelsten Kapitel der Vergangenheit zu beleuchten, Missstände aufzuzeigen und nach Gerechtigkeit zu streben. Hamanns blutige Spuren durch die Straßen Hannovers enthüllen nicht nur die bestialischen Taten eines Serienmörders, sondern werfen auch ein düsteres Licht auf die damaligen Missstände, insbesondere dem desolaten Zustand der Strafverfolgungsbehörden. Die schockierende Realität, dass ein Mann mit einem Vorstrafenregister wie Hamann überhaupt auf freiem Fuß bleiben konnte, lässt zu Recht das Vertrauen an die Exekutive der Zeit schwinden. Als wäre diese Tatsache nicht beunruhigend genug, macht mich besonders die Entscheidung richtiggehend sprachlos, jemanden mit einer derart kriminellen Vergangenheit als Polizeispitzel arbeiten zu lassen. Nur durch das konsequente Aufarbeiten der Vergangenheit können wir eine sichere und gerechtere Zukunft gestalten. Leute, ich muss sagen, ich habe langsam genug von Wehrwölfen und Vampiren. Geht es euch genauso? Dachte ich mir. Seid aber unbedingt in der nächsten Folge wieder mit dabei. Denn da werde ich euch verraten, wie das Einhorn, das Einhorn von Bremen. Unscharfe Bild einer Packung Zigaretten ein Täter entlarven konnte. Ihr dürft zu Recht gespannt sein. Ich hoffe, ihr konntet etwas von hier mitnehmen. Wie aus einem Second-Hand-Laden. Aber keine Sorge, vor dem Second-Hand-Laden um die Ecke müsst ihr keine Angst haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und das Interesse. Die Prinzenrolle. Abonniert ihn. Abonniert ihn. Gutes Video. Hat mir gut gefallen. Generell, ich mache solche True-Crime-Stories mit so ein bisschen mehr Hintergrundbeleuchtung und sowas. Also Beleuchtung von der ganzen Geschichte und sowas. War gut gemacht. Wie gesagt, es ist interessant, aber du kriegst es ja auch gar nicht mal so mit. Also innerhalb von zehn Jahren ungefähr, der war ja im ersten, im ersten Weltkrieg, hat er ja gesagt, also nach dem ersten Weltkrieg ist er Spitzel geworden. Und dann 24 wurde er, wurde er verhaftet. Also innerhalb von ein paar Jahren hat er mehr als 20 Menschen also beseitigt und dann auch wirklich, also wirklich beseitigt, sodass sie kaum noch auffindbar waren. Das ist, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist dann wirklich so, alle paar Wochen denkst du dir so, ja, jetzt wird es wieder Zeit. Unfassbar.